Das ist übrigens inzwischen Null Uhr. Nach Minuten müsste ich die Rücktour starten. Bei mir noch nicht ganz. Ja, denn auf deiner Uhr ist nicht Null Uhr. Ne, auch in beim Umsie nicht. Das ist 23.59. Im Game ist bei mir erst 53. Achso, ok. Na gut, dann ist ich mittlerweile in der Uhr. Das kann gut sein. Happy Monday. Uhuhuhuhu. Dass du wieder verraten und mal aufnehmen. Nein, du. Naja, bei mir siehst du eben. Ibi ist die ganze Zeit sowieso schon das Datum, wenn du da hinguckst. Und von daher. Danke. Bei mir nicht. Wir nehmen auf, äh, Samstags morgens um 7 Uhr. Weil wir da schon wachten. Ja, das ist sinnvoll. Stoppt uns auch so, was jeder. Ja, natürlich. Weil um die Uhrzeit existier ich ja normalerweise schon. Was? Noch. Ja, das kommt schon eher hin. Weil es bei mir durchaus Tage gibt, wo ich um 7 Uhr morgens aufstehe. Freiwillig. Ja, und bei mir gibt's auch durchaus Tage, dass ich um 7 Uhr morgens noch wach bin. Freiwillig. Ja. Ja. So, bei mir ist jetzt ne Viertelstunde Aufnahme rum. Aber ich hab jetzt noch 5 Minuten Fahrzeit, deswegen wird das erste Video bei mir 20 Minuten lang. Ja. Musst du jetzt eigentlich auch komplett durchgängig auf, oder cuttest du zwischendurch? Ja. Also jetzt nach dem Video werde ich den Katz setzen. Okay. Und kurz zacken, aber das musst du ja bei dir nicht machen. Das richtig, weil dann kannst du auch ne Anmord machen, die halt deinen Ansprüchen genügt. Sonst bin ich ne Minute zu früh. Wenn ich mich drüber die anderen nur schwert. Bitte? Ich hab mich ja grad auch nicht drüber beschwert, ne? Ja, das richtig. Du hast nur in einem Nebensatz, äh, ironisch dazu Bezug genommen. Ja, ich hab einfach gesagt, dass ich nicht das gleiche hier verfinden tue. Nein. Nein. So, Matthias hat mir gesagt, hier auf dem Stück soll ein Blitzer stehen. Deswegen fahr ich hier mal 30, wie es da steht. Oh ja, da steht er. Seht ihr hier zu rechten? Das ist dieser starren Kasten da. Hätte ich dir das mal nicht gesagt. Hätte man jetzt was lustiges gesehen. So. Ich fahr die Linie komplett ohne Hilfsfeile, weil ich die halt schon häufiger mal gefahren bin, aber länger halt nicht. Aber ich kenn mich auf D2D inzwischen so gut aus, dass ich für keine Linie mehr Hilfsfeile brauche. Ja. Ich fahr die Linie auch ohne Hilfsfeile, das liegt aber daran, dass ich im Nebenbildschirm die Minimap hab. Ja. 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 fahrgäste und er möchte in den lichten Radar ausstrengen. Verrückte Wild. Ich fahr mal großzügig den Berg als hochgefahren. Oh, sonst kann ich hier rüber gehen. Oh ja, kann man korrigieren. Gleich fahren wir dann wahrscheinlich mit einem Solo-Bus weiter. Obwohl, es geht auch mit dem Bank-Bus. Das ist möglich. Das geht auch mit dem Doppelgelenk-Bus, wie du ja schon mal bewiesen hast. Stimmt, ich hab das auch schon mal mit einem Doppelgelenk-Bus gefahren. Das wird aber hinterher lustig an einer Stelle. In den Kaisertal, das werde ich euch dann aber auch noch ansprechen. Nicht nur da. Das wird auch lustig hinterher. Doch, das ist der schlimmste Ort. Ähm. In den Kaisertal war das schwierig. Das ist richtig. Aber es gibt auch noch andere sehr schöne, engere Stellen auf der gesamten Tour. Zum Beispiel hinten Bessingstraße. Und so, weil Matthias behauptet, sei zu eng mit dem Gelenk-Bus, heißt das, dass ich es nicht mit dem Doppelgelenk-Bus schaffe. Das ist richtig. So. Und hier sehen wir, dass die wirklich viel Geld brauchen, denn hier steht der dritte Blitzer. Zu ihrer Rechten, an einem Baum. Japp. Fand ich ein bisschen fies. Bin ich auch Gott sei Dank nicht von geblitzt worden, weil ich es irgendwie geahnt hab, dass da noch was kommt. Aber trotzdem... Hier endet die 30-Zone. Kurz vor der Einmündung. Echt fies. Ich bin Feuer 50 gefahren, dann hab ich vor dem Blitzer abgebremst. Fakt ist es... Sag mal, sind die Haltestellen-Schilder auf Hamburg eigentlich auch realitätsgetreu? Ja, ne? Ich glaub vor der Einmündung sind sie nicht. Nicht vor der Einmündung. Ich muss mir was genauer angucken. So. Und nun kommen wir auch schon zur Endhaltestelle auf der ersten Linie, auf der ersten Tour um sie zwei. Und ich weiß noch nicht genau, ob das das erste Video wird, aber die Chancen sind da. Jubi. Östdorf Bahnhof ist hier diese Haltestelle, die eigentlich nicht wirklich eines Bahnhofs würdig ist, aber es ist halt nur eine Endhaltestelle von genau einer Linie. Zwei. Wir sehen, wir waren am Schluss zu spät. Keine Ahnung. Zwei Linien. Ist mir auch egal. Ich zeig euch jetzt einfach mal kurz mit Fahrt abschließen, wie das Ganze aussieht von der Auswertung vom Busbetriebssimulator. Achja, den muss ich mir ja gerne aufstellen. Eine Haltestelle pünktlich, vier verspätet. So. Und jetzt werdet ihr auch gleich sehen, ob ich die Genehmigung für den Bus kriege oder nicht. Wir haben 4,1 Kilometer gefahren. So. Ist nicht viel. Das ist richtig. Ist ja auch nicht lang, das Stück. Ja. Ach, apropos. Ich habe es gar nicht gesagt. Ich benutze heute mal einen anderen Bus, weil das war vorhin alles ein wenig chaotisch. Und zwar ist das hier ein Mercedes-Benz O530 in der Aachener Version. Und das musst du genau jetzt sagen, wo ich hier bei der Auswertung bin. Ja. Das fällt mir nämlich jetzt gerade ein, weil sonst vergiss ich das nicht mehr. Ich klicke jetzt hier mal weiter. Und wir sehen, ich habe 74% und damit die Genehmigung erteilt für den Bus. Das ist sehr schön. Und ich würde sagen, ich beende jetzt meine Ausnahme hier fürs Erste und wir sehen uns gleich wieder auf der NE 78, also für euch im nächsten Video. Am nächsten oder immer am nächsten Tag. Auf einer kompletten Runde. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, das war genau noch drauf. Ja, wenn ich es nicht schlimm, man sieht es ja da einmal. Man sieht es vor allem in meinem Video. Ja, genau. Genau. Jetzt. Was? Man sieht es in deinem Video, dass du tschüss hast. Ich blende das ein. Meine Tour abgeschlossen. So, jetzt werde ich mal gucken. Ich werde dann gleich die Tour verspätet starten müssen aufgrund von realer Uhrzeit und so weiter. Aber wer genau nennt eigentlich eine Haltestelle Lattenkampstieg? Die Hamburger. Ja, ja, ja. So, ich bin nämlich jetzt hier in Depot 2. Ich renne jetzt erstmal zum Büro. Ich kenne den Weg gar nicht vom Depot 2. Wann bin ich in meinem Depot 2? Der Weg ist ja auch nicht so schwierig. Ja. Ich werde jetzt gleich aber dann wieder mit dem, mit meinem Standardbus fahren. Schalt mein Video. DDS. Ja, ich werde jetzt aber auch schon hier und anderen nehmen, je nachdem was da ist. Vielleicht nen immer ein. Wieso ist Depot 4 zu? Was soll das denn? Ist das wichtigste Depot auf dieser... Dings. Egal. Jo. Ich hoffe mal, dass ich dann jetzt den OMSI Sound habe. Ja, da geh ich erstmal stark von aus, weil... dass der Fehler zweimal hintereinander auftritt, weil der ist jetzt nicht gerade der Häufigste. Das ist richtig. Und... Ich bin jetzt mal kurz für zwei Minuten weg, wenn mir OMSI lädt. Ja gut. Musst du mal deine Zuschauer alleine unterhalten. Oh, ach, guck mal ob das klappt. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Na ja, also wie gesagt, äh, heute eine etwas chaotischere Aufnahme, aber das muss auch mal sein. Ja. Wir sind jetzt auf einem guten Weg Richtung Alsterdorf. Sollten noch ungefähr so knapp acht Minuten sein. Äh. Und um den Daumen, über den Daumen gepeilt. Dann soll mal da sein um 0.11 Uhr. Ja, sogar schon ein bisschen mehr. Äh, weniger. Ein bisschen mehr. Haha. Super. Ihr Hirn macht heute auch wieder toll mit. Ja, es ist natürlich ein bisschen schade, die Karte wieder im Dunkeln zu zeigen. Aber das ist halt leider gerade halbwegs die reale Zeit. Ähm, weil durch den Bus-Betriebs-Simulator ist das halt so ein bisschen an Echtzeit gekoppelt. Und da ich aber auch mal wieder ein bisschen was aufnehmen wollte. Äh, und auch mal wieder ein paar Folgen haben wollte für die nächste Woche. Hat sich das dann heute Abend ergeben, dass ich sowieso eine Schicht hier hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ja nimmst du halt die mit auch auf. Und dann gucken wir mal, was dabei passiert. So, dass er dabei rauskommt. Mal schauen. Ich kann an dieser Stelle ja vielleicht schon mal eine Kleinigkeit ankündigen. Und zwar habe ich vor, dass Projekt Quatsch & Drive, so wie es in der aktuellen Form ist, demnächst so ein bisschen anders zu gestalten. Und dann die einzelnen Simulatoren auch in einzelne Let's Plays aufzuteilen. Und bei Quatsch & Drive halt wirklich so ein Projekt daraus zu machen, wo es wirklich mal darum geht. Wenn ich da mal wirklich was zum Besprechen oder Bequatschen habe. Dass man dann eine Folge davon macht. Und nicht halt immer auf Teufel komm raus. Und dann erklärt das ganze glaube ich ein bisschen mehr, äh, ja, Inhalt. Oder Daseinsberechtigung, sagen wir es so. Das ist ein guter Punkt, wieder einzusteigen. Absolut richtig. Der Tobi ist zurück, juhu. Richtig. Aber bei mir lädt Omsi noch. Das heißt, meine Aufnahme läuft noch nicht wieder. Das heißt, meine wird wahrscheinlich genau dann wieder laufen, wenn du mit fertig bist. Aber es wäre lustig. Könnte aber hinkommen, tatsächlich. Ne, so lange lädt Omsi bei mir nicht. Wo bist du denn gerade? Äh, Karl-Kohn-Straße. Mandatenkampfstieg war eine hinter Winterhude-Markt, ne? Ja, genau. Hm. Gut. Bin lange nicht gefahren. Das ist richtig. Ich ja auch nicht. Aber für die Genehmigung sollte es reichen. Na dann. Gehe ich zumindest mal schlafen. Jetzt brauchst du drei Unfälle am Stück. Ach, bitte nicht. So, ich lad meine Aufnahme jetzt wieder, ja. Alles klar. Wo kann man das jetzt? Deswegen kommt jetzt für Matthias' Zuschauer noch mal eine Anwort. Live und in Farbe. Ja. Hallo und herzlich willkommen, ja, zurück zu Omsi 2. Die ist mit Ton. Ich hab den Bus noch nicht vorbereitet, aber die Hupe sagt mir, ich hab Ton. So, den Bus selbst aufwissen. Also so sieht das Ganze dann aus mit dem Busbetriebssimulator. Ich blende mal gerne den Chat aus. Hier steht, stelle jetzt deinen Fahrplan ein. Also. Gehen wir hier auf Spawn und Feiertag. 30, 302. Wir wollen nicht die Betriebsstadt nehmen. Wir wollen schon die 008 Fahrt nehmen. Wie angekündigt halt ein klein wenig zu spät. Aber halt. Echtzeitbedingt. Weil wir in Echtzeit gar nicht mehr werden. Die Linie 78. Oder NE 78 fahren. Machen wir mal Licht hinten im Boot an. So. Ha. Unbekommen. Ich zeig euch jetzt direkt live, was man hier macht, um sie aufzurüsten. 3.5. Als IBIS-Code ist das N vorne, dann wird zumindest dem NE ziemlich nah. Ne weiß ich den IBIS-Code nicht für. Nicht? Gibt's auch nicht immer. Und man sieht hier das IBIS. Also hier die Matrix, die Karten hat verschiedene Anzeigen. Hier steht jetzt, hier läuft es jetzt ganz durch. Was passiert jetzt? Keine Ahnung. Ich sollte noch einen Gang anlegen. Und wir wollen eigentlich auch los machen, weil wir sind eigentlich schon fast 5 Minuten verspätet. Das ist in der faule Ausreden. Ach und ich drück hier nochmal einmal so. Und jetzt wird's ein klein wenig heller, weil ich die Grafik ausmachen muss. Sonst wird's von der Frameanzahl leider noch viel schlimmer. Ich hab gerade gemerkt, dass es mit SuiteFX ziemlich dunkel ist, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ich weiß. Davon profitiere ich im Moment, weil ich es ohne fahr. Ja. Also ich hab jetzt meine Fahrt auch beendet. Du hast deine 5 Frames. Du hast beendet deine Fahrt? Ja, ich habe gerade dann hier die Auswertung noch gezeigt. Das heißt, ihr habt jetzt auch quasi gesehen, wie das ab jetzt häufiger mal aussehen wird. Weil ich finde, es gibt fast keinen Grund, außer vielleicht Frameanzahl den BBS nicht zu benutzen im Moment. Für mich zumindest. Und ja, dementsprechend bevor ich jetzt zurück ins Büro klicke, würde ich mich zumindest von meinen Zuschauern verabschieden. Auch von Tobis. Aber Tobis hören mich jetzt gleich eh weiter. Ja, wir fahren jetzt pünktlich mit 5 Minuten Verspätung ab und hier möchte einer ein Ticket kaufen. So mussten wir es. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und Tschüss. Ciao – zum nächsten Mal! Ja, bis zum nächsten Mal! ... ... ...